Wir sind satt, aber die globalen Eliten, die wollen das auch so. Ich sage das jetzt mal so platt, in diesem Modell des angelsächsischen Finanzkapitalismus ist eine relativ ungebildete, breite Masse nicht verkehrt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute im Gespräch mit Professor Max Otte zu seinem Bestseller Weltsystem-Crash. Max, wenn wir uns umschauen, nachrichtlich gesprochen, dann sieht man in diesen Tagen eine wachsende Krise in der deutschen, ich sage mal Ankerindustrie beim Automobilbau. Und da hängen natürlich andere Branchen dran. Die Maschinenbauer liefern ein Fünftel ihrer Produktion, glaube ich, an die Autobauer. Also da geht es bergab ziemlich schnell. Die müssen sparen, die müssen Jobs abbauen, die müssen gleichzeitig investieren für Elektroautos. Irgendwo geraten wir ziemlich an die Wand. Und Deutschland, da hat man den Eindruck, ist mitten im Abstieg. Ist das insgesamt so richtig, das Bild? Leider ja, und zwar in erschreckender Weise. Uns geht es auch nicht gut. Wir sind die Schlusslichter beim privaten Vermögensaufbau in der Eurozone. Wir haben die Hälfte des Haushaltsvermögens, des Medianshaushaltsvermögens von Griechenland und Frankreich und ein Drittel von Italien. Das als Deutschland, diesem angeblich reichen Land. Es geht schon lange nicht gut. Wenn die nächste Krise kommt, dann wird es uns richtig schlecht gehen, weil wir sehr exportorientiert sind durch diese falsche Europolitik. Und das Land steigt ab. Und es steigt ab eigentlich seit Helmut Schmidt. Und auch der hatte nichts an der Position dafür gemacht. Er hat es geerbt. Also Helmut Schmidt ist ein respektierter Staatsmann, aber er hat auch gar nicht so viel gemacht. Er hat das meiste eben ererbt. Er hat es zumindest bewahrt. Und selbst Kohl hat es nicht geschafft. Und wir steigen ab seit den 80ern. Das ist eine Branche nach der anderen. Die Computerindustrie ausradiert. Da gab es Nixdorf, da gab es Siemens, da ist nichts übrig. Telefonausrüstung ist nichts übrig. Die Kamerabranche ist schon in den 60ern, 70ern von den Japanern platt gemacht worden. Die Chemie ist in Resten noch da. Jetzt machen wir gerade Bayer kaputt. Höchst wurde abgewickelt. Die BASF funktioniert noch. Aber auch die ist auf kurzfristige Rendite und gegen Innovation getrimmt worden. Die Deutschland AG wurde ausverkauft, abgewickelt unter Schröder. Und das ist ein Riesenirrtum, den unsere Wirtschaftspolitiker hatten. Wenn es um Schlüsselbranchen geht, dann muss ich zumindest einen gewissen Rückhalt des Staates haben und nicht noch die volle Gegnerschaft des Staates und Politiker, die sich auf Kosten der Wirtschaft profilieren, wie im Falle der Autoindustrie. Das macht man in Frankreich besser. Das machen wir in Frankreich anders. Die haben auch jetzt sich höchst, große Teile, den Pharma-Bereich von höchst einverleibt. Mit Hilfe von Jürgen Dormann, dem damaligen CEO. Der hat nachher noch einen französischen Orden der Ehrenreligion oder sowas gekriegt, dafür, dass er das Ding verscherbelt hat. Das ist unglaublich. Siemens wird aufgespalten, unsere Großkonzerne sind verängstigt, stehen mit dem Rücken zur Wand. Da läuft nichts mehr, da ist fast alles platt. Wir investieren auch als Fondinvestoren kaum noch in DAX. Ich habe das bis vor wenigen Jahren noch gemacht und habe immer gesagt, die DAX-Konzerne sind gemessen an der Bewertung amerikanischer Unternehmen billig an der Börse. Die kommen wieder. Deutschland hat Reserven. Wenn ich sehe, wie wir dieses Land kaputt fahren, also wir haben jetzt noch einige Stärken bei Mittelständlern, bei globalen Mittelständlern, bei den Hidden Champions, aber auch da ist viel an Private Equity verschärbelt worden und wird dann gnadenlos auf Rendite getrimmt, da wird rumgezockt. Es ist ja so, dass Private Equity ein völliger Fehlbegriff ist. Eigentlich müsste es Public Leverage heißen. Ich könnte das erklären, tu das im Buch. Also mit viel Schulden wird reingegangen, da ist nichts privat. Die Investoren, die sogenannten Investoren, die nichts sind als Ausschlachter, holt sich das Eigenkapital in wenigen Jahren zurück, laden die Schulden dem Unternehmen auf. So und entweder funktioniert das, dann haben sie ihr Kapital zurück plus ein Unternehmen. Oder es funktioniert nicht, dann haben sie ihr Kapital zurück und das Unternehmen fährt vor die Wand. Das ist Private Equity, es ist eine gehypte Branche, es ist fürchterlich, was da passiert. Und dann geht es ja weiter, Bildungsnation, Wettbewerb um Wissenschaftler. Also ich meine, der Abstieg dauert schon ein bisschen länger, aber was haben wir an Adalas gehabt? Wir waren um 1900 ganz weit vorne. Der Erste Weltkrieg hat natürlich auch noch Innovationen hervorgebracht, Weimarer Republik. Dann haben wir natürlich einen riesigen Adalas jüdischer Wissenschaftler im Dritten Reich gehabt, Deutschland unendlich geschadet hat, den nächsten Adalas, dass die Alliierten auf Patentklau gingen. Auch ganz systematisch über ein Jahr hinweg, dass sie ihre Leute in die Konzerne geschickt haben, alles geklaut haben als Reparation. Trotzdem ging es weiter. Aber die Schlüsselbranche, also wir sind in den Zukunftsbranchen fast nirgendwo mehr dabei. Ein bisschen Medizintechnik noch, ein bisschen Optik noch, ein bisschen Pharma noch, aber es sieht schlecht aus. Erkennst du dein Muster? Gibt es da eine rote Linie? Also die Versuchung ist ja, das ziemlich einfach zu erklären. Wir sind in so einem Zeitalter, wo alles mit Schlagworten abgedeckt wird. Man könnte ja sagen Regulierung oder linke Politik oder so. Aber wenn du sagst, es gibt eigentlich einen langen Anlauf zu dieser Situation oder zu dieser Entwicklung, dann müsste es ja erkennbare Linien oder Trends geben. Wer ist da schuld? Naja, es ist eine Erosion des deutschen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, das sich letztlich in der zweiten, hälften 19. Jahrhunderts herausgebildet hat, was sehr wissenschaftsorientiert war, was sehr gemeinwohlorientiert war. Wir hatten die ersten Altersversicherungssysteme, die ersten Krankenversicherungen, wir hatten Schulpflicht. Das gab es in England alles nicht bis 1914. Ihren Gesundheitsservice haben sie erst 1948 eingeführt. Also es war schon natürlich die Kriege, da schwang auch immer auf Seiten der Kriegsgegner ein gewisser Neid, Bewunderung für dieses Gesellschaftsmodell mit, dass wir dann einen verrückten Irren hatten im Zweiten Weltkrieg, der den entfesselt hat. Kann man sagen, selber schuld. War auch so, aber es hat natürlich diesen Prozess weiter beschleunigt. Mich hat dann eher gewundert, wie robust unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft nach 1945 noch war, dass dieser Wiederaufstieg geglückt ist. Und letztlich ist das liberale Gesellschaftsmodell, das englische, ist eher ein handelsorientiertes. Es ist nicht so produktions-, innovationsorientiert gewesen. Es gab im 19. Jahrhundert zwar auch gerade Anfang des 19. Jahrhunderts viele Naturwissenschaftler in England, aber dieses Konzentration auf Wissenschaft, auf Technik, auf technische Hochschulen war ja auch eine deutsche Erfindung. Da ist die Zeit über uns hinaus. Da sind mittlerweile andere weit vorne. Unser Nachwuchs geht auch oft in die USA oder sonst wo hin. Also es ist ganz bitter. Den Diplomingenieur haben wir auch größtenteils abgeschafft. Da gibt es jetzt noch Master. Das war ein deutsches Qualitätssiegel. Also wir müssen dringend zurück zu einer technisch-wissenschaftlich orientierten, wirtschaftlich orientierten Kultur, zumindest an den Hochschulen, an den technischen Hochschulen. Da ist schon vieles verloren gegangen. Es gibt noch Reste, die gilt es zu bewahren. Da wird aber im Unterbau weiterhin etwas kaputt gemacht. In den Schulen ist ja auch alles marot im Augenblick. Er wird weiter gesägt, er wird weiter ideologisiert. Also irgendwann ist dann auch noch die Mathematik globalistisch, klimaneutral. Das hat ja Friedrich August von Hayek schon geschrieben in seinem Weg zur Knechtschaft. Wenn also die Naturwissenschaft, wenn die Wissenschaft anfängt, sozialistisch oder nationalsozialistisch oder kommunistisch oder klimagerecht zu werden, dann wird sie ideologisiert und das ist dann der Weg in die totale Kontrolle. Wissenschaft betreibt man erstmal um ihrer selbst willen und dann kommt irgendwann hoffentlich auch was raus. Also da ist an vielen Ebenen ein Gegensteuer nötig. Sind wir einfach nur satt? Ist deswegen auch Agilität verloren gegangen? Nein, nein, wir sind satt, aber die globalen Eliten, die wollen das auch so. Ich sage das jetzt mal so platt. In diesem Modell des angelsächsischen Finanzkapitalismus ist eine relativ ungebildete, breite Masse nicht verkehrt. Das hat auch der Wirtschaftshistoriker Raymond Chandler geschrieben. MIT. Kann man leicht kontrollieren. Ja, gleich kontrollieren. Und sagen wir mal so, die deutschen Unternehmen waren so, dass wir viele langjährig ausgebildete, gut gebildete Menschen in der Fläche hatten, die auch selber Entscheidungen getroffen haben, die flexibel einsetzbar waren. In den USA, in Russland war es eher anders. Wir hatten wenige Menschen in der Zentrale, die haben sich Systeme ausgedacht. Und die Menschen in der Fläche waren relativ ungebildet und konnten leicht ausgetauscht werden. Und dieses Modell der Gesellschafts- und Wirtschaftsorganisation, das sehen wir an immer mehr Stellen in den großen Dienstleistungsbetrieben, wo also die Gespräche gescriptet werden, wo also jeder Mitarbeiter genau nach Vorschrift vorgehen muss und keine Entscheidungsspielräume mehr hat, die er aber auch nicht wahrnehmen könnte, weil er oder sie vielleicht gar nicht mehr dafür ausgebildet ist. Also man kommt natürlich in so mehr oder weniger automatisierte Systeme, Mensch-Maschine-Systeme. Die IT spielt immer eine größere Rolle. Und dazu brauche ich keine humanistisch oder naturwissenschaftlich-technisch gebildete Mittelschicht. Dazu brauche ich einfache Funktionen, funktionierende Ausführende und ein paar Smarte, die das designen. Und in diese Richtung entwickelt sich leider unsere Gesellschaft. Und das war nicht das deutsche Gesellschaftsmodell. Also eine ziemlich große Aufgabe, die wir da vor uns haben. Eine Generation mehr? Brauchen wir viel Geduld? Wir brauchen Geduld, aber wenn man es wirklich will, geht so etwas dann doch schneller, als man denkt. Also es sind sicherlich 20, 30 Jahre, bis man wirklich die Früchte merkt. Aber wenn der Willen da ist, wenn der politische Wille da ist, dann geht so etwas. Das ist aber im Augenblick nicht zu erkennen. Tja, im Moment nicht, aber deswegen machen wir ja weiter hier. Vielen Dank, Max Sotte. Vielen Dank.